Guten Appetit! Das Essen schmeckt ja furchtbar! Diese Kartoffeln sind gern katt! Ich werde mich beschweren, und zwar direkt bei der Krankheit, ja! Aber ich werde mich auch beschweren! Ach, was Sie brauchen ist Bewegung! Bewegung und Sport und Singen, dann ist es wirklich lust! Das Essen schmeckt ja, das Wasser! Das Wasser, das Wasser, das Wasser. Wenn mich Dr. Friedler nachts auf dem Gang erwiesen hat, das schlimmste Konsequenzen. Ich werde nach Hause schicken. Ach, ich habe ein wenig. Du gehst einfach noch eine Cola hoch. Der Automat ist unten klar. Das ist der Hände, der Punkt in die Richtung. Die ist am Kutzen. Ja, und der Auto hat hier. Eine gute Idee, ja. Die kennen nämlich keine Treppe, die haben wir. Ja, und der Auto hat hier. Und die Schöne, die sind die Schöne. Die Schöne, die auch am Fernrohn. Was ich sage, deutlicher so gerne. Aus der Liebe zärtliches Losungsort Ich möchte Nacht haben und dringend Erholung auch. Ich freue mich das ganz Besondere. Wissen Sie, viele Menschen wissen ja gar nicht, wie wichtig eine Ruhe im Leben sein kann. Da habt Sie vollkommen recht. Jeder Mensch braucht eine Ruhe. Die Zivilisation macht alles kaputt. Zu wenig Bewegung, zu fettes Essen, Pizza, Hamburger. Überall, überall ist das Verderben. Ja, genau. Ich lese auch immer die Apotheke und schaue. Da steht das auch drin. Und dass man Bio-Produkte essen soll. Aber wissen Sie, Frau Dr. Friedland, wir sind ja hier im Schwarzwald. Und ich mag so gern Schwarzwälder Trüger storten. Gibt es die auch hier im Hotel, Sebastian? Mhm. Ich möchte in den Wald gehen, einen Spaziergang machen. Mhm. Das wird Ihnen bestimmt gut tun. Ich möchte aber nicht alleine gehen. Und in dieser Brühe, die Schwarzwälder Tag, Da wurde ein Mädel so schön. Und wo ich die Jungs und Schütt in die Zeit und auf der Welt. Da liegt mir das Mädel, das Mädel, das Mädel, und ich mag das, das Mädel, das Mädel, das Mädel, das Mädel, das Mädel, das Mädel. Dann ging das ganze Getösel los. Und wenn ich mich jetzt so gerade erinnere, wissen Sie, da wird mir schon wieder ganz komisch. Und dann habe ich einen Lärmsten zusammengehoben, nach dem anderen zu kommen. Und ich glaube, mir wird schon wieder ganz... Ja. Ja. Meine Nacht, Schrecklich. Hm. Das tut mir leid. Ja. Und dann habe ich meinen Arzt zur Kur geschickt. Aber Renate, denken Sie doch daran. Hier, die Freiheit der Natur, die gute Behandlung, nette Menschen und Wisch. Hello. Das alles will Ihnen helfen, über die Vergangenheit hinweg zu kommen. Alles, 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 wir sind vorbei, doch wir sind uns zwei. Das alles will Ihnen helfen, über die Vergangenheit hinweg zu kommen. Das alles will Ihnen helfen, über die Vergangenheit hinweg zu kommen.